So ihr Lieben, Christoph hat mich gefragt, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich vor einer richtig großen Gruppe sprechen muss. Er hat bis jetzt immer Vorträge gehalten vor kleinen Gruppen, das waren so 20, 30 Leute. Diesmal werden es über 500 Menschen sein, die ihm zuhören und er hat gefragt, was wird eigentlich anders sein und auf was muss ich achten. Lieber Christoph, dieses Video ist für dich und natürlich auch für alle anderen, die das Thema interessiert und ihr dürft gerne unter dieses Video Fragen posten und Anregungen posten, die ich dann auch natürlich im Anschluss noch beantworten werde. Für mich der größte Unterschied, wenn ich vor kleinen Gruppen oder vor großen Gruppen spreche, ist der Bezug zum Publikum. In einer kleinen Gruppe kann ich noch sehr gut interagieren und in Gesichtern lesen und auf die Gesichter direkt reagieren. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr angenehm. Untersuchungen sagen, dass uns das bis zu zwölf Personen gut gelingt. Das ist so eine gute Größe, deswegen ist es auch zum Beispiel unsere Seminargröße. Wir sagen acht bis zwölf Personen. Bei acht Personen gelingt es mir noch super richtig, jeden Einzelnen intensiv zu betreuen. Bei zwölf auch noch okay und danach wird es schwierig. Und wenn die Gruppe sehr, sehr groß ist, dann wird das schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und bei einem ganz riesigen Publikum ist das nicht mehr möglich. Dann kommt es auch noch sehr auf die Lichtverhältnisse an. Es kann sein, ich sehe das Publikum, obwohl es riesig ist. Dann hilft es, sich nette Leute auszupicken, die man kennt. Da sitzt vielleicht jemand an der Seite, den man kennt und den man mag. Und da ab und zu mal einen Blickkontakt aufzunehmen, um so ein warmes Gefühl zu bekommen, ist sehr hilfreich. Aber manchmal ist das Licht so, dass man in ein großes schwarzes Loch guckt. Und wenn man das zum ersten Mal hat, also für mich war das auch, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wow, was ist jetzt los? Ich sehe nichts und ich spreche in ein Loch hinein. Und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man das mehrfach macht, dass man sich von dieser Empathie, die man gewöhnt ist, löst. Und da gibt es einen ganz tollen Trick. Redet mit euren Möbeln. Stellt euch in euren Raum und redet mit dem Schrank. Sagt, lieber Schrank, ich hoffe, es geht dir gut. Hier liegt mein Brillen-Etui, liebes Brillen-Etui. Schön, dass ich dich sehe. Hallo Steckdose. Schön, dass du da bist. Liebe Lampe. Heute geht es um das Thema Reden vor großen Gruppen. Also macht euch unabhängig von Reaktionen. Die Lampe guckt nicht zurück, aber ich bin trotzdem direkt und dialogisch. Und damit das nicht immer in eine Richtung geht, müsst ihr auch noch darauf achten, dass ihr an verschiedene Punkte guckt. Ich denke mir ein M oder ein W. Und zwar immer die Eckpunkte des M oder des W. Das bedeutet M unten links, nächster Punkt hinten links, Mitte ist dann wieder ein Punkt und hinten rechts und vorne rechts. Ich achte darauf, dass ich immer mal wieder ein M gucke und dann umgekehrt ein W gucke. Das ist sehr hilfreich, um sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Reihe und eine bestimmte Richtung zu konzentrieren. Das hilft dabei sehr. Das nächste ist, bei so großen Gruppen werdet ihr definitiv ein Mikrofon haben. Und ein Mikrofon macht einen großen Unterschied. Wenn ihr vorher nicht gewöhnt wart, mit Mikrofon zu sprechen, dann müsst ihr das unbedingt üben. Denn der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, dass sie zu laut sprechen, zu viel Druck in der Stimme haben und dann fühlt man sich angeschrien. Das Mikrofon ist ein Verstärker. Das heißt, ihr müsst im Gegensatz zu Vorträgen, die ihr vor 20, 30 Leuten haltet, in Räumen und ihr kein Mikrofon habt, müsst ihr in Zimmerlautstärke sprechen. Also eher dialogisch, als wäre nur eine einzige Person da. Daran muss man sich auch erstmal unheimlich gewöhnen. Ein intimeres Sprechen, ein kleineres Sprechen, ein reduziertes Sprechen. Ihr beobachtet das oft bei Speakern, dass sie zu laut, zu dynamisch sind und das ist, weil sie kein echtes Gefühl haben für das Mikrofon. Und der Körper, unser Körper kennt das Mikrofon nicht. Also instinktiv in einem großen Raum mit ganz vielen Menschen denkt unser vegetatives Nervensystem, wir brauchen jetzt ganz viel Lautstärke und Kraft, um zu sprechen und das ist ganz falsch. Also da müssen wir viel reduzierter sprechen. Worauf es beim Mikrofonsprechen sehr ankommt, ist ein deutliches Sprechen. Ihr braucht eine große Kieferöffnung. Ihr müsst deutlich sprechen und vor allen Dingen die Konsonanten sehr klar bilden. Da gibt es auch tolle Übungen, die ich euch gerne unten nochmal verlinke. Und des Weiteren ist es wichtig, dass ihr auf eure Kieferöffnung achtet, also dass ihr gut den Mund weit aufmacht, denn auch das fördert nochmal die Lautbildung. Wenn ihr keinen Kontakt zum Publikum habt, müsst ihr euch irgendwie etwas Fiktives vorstellen. Also wenn ihr mit dem Schrank geübt habt, habt ihr das dialogische Sprechen geübt und das Publikum stellt euch das dabei immer mit vor. Also ihr sprecht zwar den Schrank direkt an und die Lampe direkt an, aber ihr sprecht trotzdem gedanklich immer zum großen Publikum. Die mentale Vorbereitung hilft sehr. Wenn ihr die Chance habt, den Raum euch vorher anzugucken, dann guckt euch den Raum vorher an und probiert die Technik aus. Denn das gibt auch nochmal ein gutes Gefühl, wenn man einfach sicher weiß, so und so geht das und da ist jemand, der kümmert sich drum und ich weiß, der kommt heute Abend auch wieder, wenn ich den Vortrag halte. Das gibt eine große Sicherheit. Ich finde es trotzdem wichtig, selbst wenn man den Raum sich nicht vorstellen kann, weil man ihn nicht kennt, passiert mir ja auch manchmal. Ich halte einen Vortrag in der Stadt, da weiß ich nicht, wie das ist. Ich war zum Beispiel in Osnabrück, da wusste ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, passen da 500 Leute rein oder sind es fünf? Ich hatte keine Ahnung. Ich sprach dann auch in ein großes, schwarzes Loch und kannte den Raum eben überhaupt nicht. Und da hilft es, dass man sich einen imaginären Raum vorstellt. Denkt euch einen aus, stellt euch auf jeden Fall immer vor, ihr sprecht vor einem Publikum. Und übt laut, übt bitte nicht leise, übt laut. Andere Dinge wie Körpersprache, Präsenz und so weiter, die gelten natürlich da auch und ganz besonders da, denn ihr müsst euch vorstellen, die Entfernung zu euch ist ja deutlich größer. Also da müsst ihr noch mehr wirken und noch von der Körperspannung und der Energie des Körpers auf jeden Fall mehr geben und gleichzeitig reduziert sprechen. Sau schwierig von der Technik her. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich, wenn ihr mal ein großes Publikum habt, auch sehr tolle Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn ihr da einen guten Job macht, habt ihr natürlich auch sehr viele Menschen gleichzeitig erreicht und das ist natürlich auch eine großartige Chance. Nutzt sie. So, meine Lieben, das waren die wichtigsten Punkte. Da gibt es noch tausend andere weitere. Ach so, Thema Lampenfieber spielt natürlich auch eine Rolle. Da sage ich vielleicht noch ganz kurz was dazu. Lampenfieber ist gut. Ihr braucht mehr Energie. Wenn ihr da alleine da vorne steht und das Publikum ist riesig, dann müsst ihr mehr Energie haben als all diese Menschen zusammen. Und Lampenfieber ist ja eine Energie. Ihr merkt ja, die Pumpe geht, das Herz rast schneller. Also die Energie ist da, nutzt sie für einen tollen Bühnenauftritt und ich bin mir ganz sicher, ihr werdet das großartig machen. Nun freue ich mich auf eure Fragen unter diesem Video und beantworte die sehr gerne. Lasst es euch gut gehen. Tschüss!